Kommen in den Fluss der Beschwörer We are Pro-Made Pro-Made? Ich bin mir so ein Pro-Made Rup-da Ich hab kein Trinket mitgenommen Arschlecken Ich hab auch kein Trinket mitgenommen OP Arschlecken Ich bin Soraka und das kleine Krokodil Da ist gleich jemand tot Ich bin Soraka, das kleine Krokodil So siehst du auch aus Soraka ist echt weg Bananodil Ahja, jetzt gibt's hier die Buff-Time Sind die auf dem normalen Game? Ja, drück auf drücken Genauso wie Uriana ein Hamster Ich glaub das haben wir auch schon geklärt Gut Ich bin Soraka, das kleine Krokodil 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 Ich bin leid Ich bin leid Ich hab' ich ja Angst WTF Jetzt mach dich doch nicht unangreifbar, du Hure Wie viel damage er auch durch Autotext bekommt, ne? Leute, die werden wirklich immer größer Der wird immer größer Die Autotext, guck mal Probier das mal mit Dramos aus Wirf sie und Ramos fährt einfach mit Hohengladboots weg Und wir haben eine bestimmte Größe verschwinden die aber einfach Das kenn' ich schon Matrix Soraka Du Hure WTF Das war creepy Echt jetzt, er halt sich von drei Quellen aus, willst du mich verraschen? Ich fand vier Was da? Lola, kommst du dann raus? Dein Ernst? Ich steig Willkommen bei den Doombots Was ist das denn, Mann? Und wie viele auch noch? Mein Volk zählt auf mich Wie Soraka Das kleine Krokodil Ah, Flash raus Aha Silenced Schön, dass wir so viel Heal haben Der Streckensy Bullets aussieht Gibt's Andy auch als Doom-Bot? Ja, gibt es hier den riesigen Zimmer der Knoppeck hat Oh Gott Schnauzikatz Und ihr und ihr Wege, ihr geht über, der ist, äh, über ganz herum Also nicht nur vorne, sondern in der Anrichtung Mama, ich will nicht Ich hab keine Mahner mehr Ist hier wieder Nein! Nein! Äh! OP Heal What the fuck? Boah, Alter Au, 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 au Ich werde meine Heimat wiedersehen Ich hab nicht mal meine Pots angefangen Ich sterben, Viertel Ich sterben, Viertel Ich hab geflasht Hast du das gehört? Nö Hat der Flashtix gehört Ne Da der Karte so mit einem immunisieren, ne Das ist dein Frischlimmspiel Das ist dein Frischlimmspiel Es ist hier richtig schlimm Shotgunblitzcrank ist auch geil Was ist das? Er schießt einfach drei Hooks Ach so, wie das ist Ich geh weg, ich will ein Kelch haben Dann kann er das halbe Team aber mal ranziehen, kann das sein? Ja Alter Ah ne, ich kaufe mir eine Träne, das ist für intelligenter, weil Soraka Mana Skalierung Oder ein Kelch Mit der Träne Wenn ich jetzt auch durch Mana gehe, fresse ich ein Wurstbrot Oh Gott Du kriegst es auf die Fresse Alter Er weicht das Kuh aus oder BUM Das solltest du nicht vielleicht weggehen Ich meine, er spielt sich das Oh Gott Ist das keiner da? Was? Er muss noch da sein Du Hure Oh Junge, die haben doch Elche gefräsen, Mann Oh Gott Slowing Banana Sollte mal weggehen Diese killgeilen Otter, Mann Sollte mal weggehen Sollte mal weggehen Die TF Läuft bei ihr Du stirbst Oh Gott, das ist Level 6 Jetzt hab ich Angst Oh Gott, das ist Level 6 Jetzt hab ich Angst Okay Ah ne, ich hab Level 5 Hab ich versehen Dir kann nichts passieren Nichts Sollte doch etwas passieren, ruf nicht Ich bald meine Ulti für mich Ah Ah Ja, Mann Wie viel soll ich noch ausweichen? Oh Leute, du auchst die In der Mitte Ja Weil der hat's ja zu viel Deswegen Wir haben hier größere Probleme Hu 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 Hoch ho hu hu hu, ja Co Ich glaube, die sind auch nur gefährlich, wenn sie Schnauze Denkst du's mal Weil der halt immer noch bots sind Ja, Katze, ne? Eine Katze guck die ganze Zeit vollgebannt zu das findet die voll lustig die ganzen blickende effekte und so kommt bei der stirb blinky blinky ja league of legends katzens version schnauze ist schon wieder nein ich will nicht auch mal kurz vorm kelch bin ich baden gegangen guck mal was er wohnen kann warte jetzt schon mal ok ich spaß ich will dies nein ach boah war das kann 4 uhr wukux oder so waren das gerade ja ähm wir telefonen den hat's gefickt man die vertreten porten alter vergibt die luxe bei der ulti die als zichter aus der luft herum sagt die ist ungefährlich definitiv man wenn dann das wir können weiter pushen die sind gerade beim drake dann halt nicht push ich halt meine lol unten war gerade eine fiddlestick hey lol die sind runtergepollt alle zum drängen alle ja da gab es die kulti gerade weil es sich bewegt hast du hunger ja schon ja 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 nein natürlich lügen gut was gibt's denn hallo ich hab dich zuerst geschlossen du arschkopf das interessiert ihn aber anscheinend nicht du arschkopf ich hab gesagt du arschkopf jetzt dodge den scheiß doch nicht schon wieder hat er gerade mertis acker gesagt hat er gesagt fast ganz viel mertis acker als er gestorben ist jetzt bauen sie noch hier die deutsche nationalelfein oder was der größte terror warum sagt ihr sie landet ihren affen what island my ape hat sie gesagt hat er eben nicht noch eine andere das nicht gar nicht wie du die haust man ich habe angst schnauze nein 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 ja junge man wie viel knock ups knock ups ja jungen wie viele knopper wie viele knopper wie viel essen nom 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 was will ihr echt hier die so ver- fuck you fuck you die gewinnen doch gerade junge nur weil ihr unten verliert ihr missgeburten oh gott die hat spaß dies nein ouch junge soraka kann man auch wieso schreckt die mich jetzt an und fragt du wie schlechte laune oder mit sich verarschen wie tief wo kommt er her ah das war kein viertel stick das war einfach nur aus dem busch wer wut viertel stick ist gar nicht hier äh wie leute keine namens auf doch oder wie viertel fix ulti kam gerade aus dem busch nein 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 hammer oh junge ash verpiss dich ey was wollte ich noch mein tower bis mit denen ey ok wir auch nie gerade einfach genug CC und die sind einfach gefickt wir mussten wir sieben oder fuck der dick mal ah ja never never pure oh die américaine gerade der dauere stand einfach nur survived wu p Wie schaffe ich es bitte mit Keich und Tränen auf Mana zu kommen? Tatsache, seine Klo werfen auch hoch. Ernsthaft? Ja. Ja, wo ist das Problem? Normal? Ist ja nix. Loh, der macht ja ein Dreieck. Willkommen auf der dritten Seite. Ich habe einfach so viel Mana. Er hat auch schon vollen Athenisch. Yay, Mana! Banana! Die andere Lane, was soll das? Luxo Morgana, ich werde da kommen, hier kann ich nie mehr von der Stelle bewegen. Ich habe die Ulti nicht ready. Yay, wann habe ich die denn gewasted? Wie, TF? Ja, TF. Du sagst. Meine Nase läuft. Wie, da fliegt es dann um hier noch, um hier Grütze? Bitte was? Weil wir auch gerne um die Grütze herum, wie fliegt er sonst dann? Nein, das ist hier cool. Da kommen mehrere draus und das aimt. Okay. Super, Lane. Völlig ungefährlich, sag dich doch. Ja. Wenn du Ulti brauchst, sag Bescheid. Gut, jetzt habe ich sie ready. Aha. Machst du weit. Fiddle Fick. Jo, Fiddle Fick. Fiddle wird jetzt gefickt. Oh. Oh, oh. Banane! Blubbel! Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Ich weiß einfach, wie ich mich benehmen muss. Na klar. Einfach viel zu gut erzogen worden. Fuck you, Wukong. Ich finde es mir tot. Die läuft bei ihr. Oh, die ist tot. Ja, ich bin zu spät. Leute, nein! Das ist ein random Fiddle. Ah, okay, den kann man mal richtig töten. Okay, wow. Random Fiddle ist OP. Nein. Nehmen wir es drauf. Tausend kosten die. Warum? Was soll das? Was kostet tausend? Ich will cool dann Boots. Äh, die Position Dragon. Middowayne. Was hab ich da jetzt hingehe? Ja, dann kann ich Rupus noch mal nicht. Herr, man zieht auch dahin, wenn ich weiß, dass 5 Leute am Dragon sind. Ich geh jetzt dahin. Muuu. Wie die Ash einfach 1,5 hat, weil es eine dumme Schlampe ist. Huddle Fiddle, Dick. Kommt davon, wenn man Ash spielt. Ash steht jetzt an, hier, ey. Weißt du, die haben zigtausend, die ist hier und man spielt Ash, das ist richtig. Ash ist ein schweifelig. Ah, ja, ist okay. Ash ist out of Meta. Mittlerweile hat alles irgendwie einen Charge, Penis, Angriff oder Schwanzlutsch. Killers mit Lutsch ist aber echt krank. Also, da kann, da kann man echt nicht mehr sagen. Ash ist halt out of Meta. Luschen ist die neue Ash. Ich lande meinen Affen. Yeah. Nee, das, das, das... Nee, das, die eine, die eine ist dann bei den Dings, passt schon. Ich liebe Random Fiddles, ne? Das ist nur Gesterben, die schnell. Jawoll. Ups. Bescheid. Bin, das Lager, Feuer, Lied. AMD, ESK, Peniskop, Arsch, Schwanz, Lutsch, Pimp, Arsch. Arsch. Overkill. Jupp. ich wurde schon wieder angerufen was ich essen möchte der hat mich exhausted was geht mit dem kathos da kommt ein viertel wo er eine pfälle eine gelasse gilt mit dem pfiff ok es sind finde ich völlig unnötig wenn die das ich spiele völlig unnötig wäre erhält dass ich bin wirklich unnötige es und schießt mein stadt und hat nicht mehr schild gekauft wird ihr schilder zu lobby werden wird ihre ölchie auf das spiel schild geworfen wir hoffen noch mal ich war ja ja ich hab keine mana mehr wir müssen sehen dass wir sind und er schon viel geht weiterhin auf die bot lane lied wir haben so richtige kleine kack spaß erwischt ich bin ganz schlau ist das ausgelutzt worden ich habe ich habe es silenced ich bin ausgelutscht was nicht gerade kurz wegen dass sie lutschen und von allen seiten aus lied es ist ein dringel gehabt oder wie viele leute kann ja das effektiv hier und lebst doch aber jetzt deswegen das jetzt bist du im aus schlitt das war gay los dieses lux kohle ja es wir haben wieder die intelligenteste dort die hat keine resis alter was der hat gar nichts wann wenn es schon auf anders hat nicht o text ist aber keine ultimeer ich habe es dann vor und jetzt wegen das tra la la peniskopflied joghurt und also wie groß ist die pfütze ist größer du stirbst bleibt hier wieso ist sie so schnell sie hat es über für wuppes bürger gehabt mit 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 welchen gut soll die ist auch so scheiße die kriegt meine ulti nicht und das sind kathos wegen dass wir der 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 oha matriz seite ich habe schon wieder ein random ulti das ist so behindert ich wurde gut die pfütze wird auch noch größer schrottflinte scheiße hier ist über mich drüber gelaufen blöde fotze der fuck macht dafür einfach nein 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 dass ich bin so racker lass mich deswegen nicht einfach so weg ficken lied ganz einfach mal mit wenn er sagte ich habe ja gesagt ich hab einfach mal den wuko gefickt gefickt rollt warum spielt man echt in dem mode ist man ja oin war genauso baden als je idee kack klappen